Moin und herzlich Willkommen bei uns in der Schimmerei und Holzbau Kaiser GmbH. Ich bin Jan Wegmeier, vielleicht euer zukünftiger Ausbilder und möchte euch heute gerne einmal zeigen, was wir bei uns so machen und was ihr bei uns erlernen könnt. Kurzer Einflug noch mal. Wir sind ein Fertighausbetrieb, der sich auf den ökologischen Holzhausbau spezialisiert hat und somit tut ihr nicht nur was für euch und lernt ein tolles Handwerk, sondern tut auch was für die Gemeinschaft und für die Umwelt. Kommt einfach mal mit in unsere Hallen, dann schauen wir uns mal an, was ihr so macht. Hier sieht man die Wandfertigung. Aktuell bauen wir eine Innenwand für ein Einfamilienhaus und wir legen die Konstruktion zusammen, bauen die Wände fertig und dann werden sie mit der Kranbahn verladen. Ja, jetzt sind wir an unserer CNC-Maschine. Also wir legen nicht nur Wert auf Tradition, sondern auch auf modernste Technik. . . . . Untertitelung des ZDF, 2020